Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zum Animus-Orakel. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Stalking-Time, bzw. wir schauen auf deinen Schatz, auf dein Gegenüber oder etwa auch auf deine göttlich-männliche Seite. Und ich musste mich jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz schnell beeilen mit dem Abholen der Karten, weil nachdem ich hier schon die Tarotkarten als neuner Blatt niedergelegt habe, Gedanken, Gefühle und nächste Schritte, mir dann auch schnell ein Video starten, weil von der Botschaft, das ist wieder mega, mega. Freut euch drauf, passt gut auf, spürt euch rein, wir legen los. Jasmin wieder am Abdrehen. Falls jemand neu mit dabei ist und das letzte Animus-Reading, also von letztem Sonntag nicht gesehen hat, bitte da einmal reingucken, weil dies scheint hier im wahrsten Sinne des Wortes die Fortsetzung davon zu sein. Und es ist, Entschuldigung, ich komme gerade aus dem Grinsen nicht raus. Es ist mega, mega. Guck, ich kriege gleich Pippi in die Augen. So, jetzt aber Schluss, legen wir los. Also, meine Lieben, ich habe die Karten wieder schon abgeholt. Ja, habe ich auch schon gesagt. Jasmin, fang an. Gedankenebene. Wir haben hier, übrigens dich, deine Energie, haben wir wieder dreimal mit drin. Also, sag schon mal, du bist präsent. Du bist präsent in Schatzis Leben. Ich bleibe wieder bei der männlichen Form. Ja, wenn dein Schatz dein Gegenüber eine weibliche Person ist oder in der weiblichen Energie ist, bitte ich dich diesbezüglich umzudenken oder das anzupassen. Wir haben, auf der Gedankenebene haben wir ein komplettes Umdenken. Ja, also wirklich, hier gibt es oder hier gab es vielleicht eine Zeit, wo dein Gegenüber dich komplett falsch gesehen hat von der Oberfläche, falsche Gedanken in deine Richtung hatte, dass du vielleicht auch irgendwo falsch gehandelt hast oder manipulativ gehandelt hast oder dergleichen. Überleg mal bitte, was in der Vergangenheit war. Vielleicht hatte dein Schatz irgendwelche Vorwürfe gemacht. Ja, du immer bla 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 bla, irgendwas. Und hier ist wirklich dieses komplette Umdenken, wie er ins Vertrauen kommt. In dieses Vertrauen, dass das, was er sieht, ja, dieses Offensichtliche, das, was geschehen ist in der Vergangenheit oder die aktuelle Situation, das, was das menschliche Auge sieht, dass das nicht immer 100 Prozent dieser gesamten Wahrheit entspricht. Ich meine, je nach Situation, Menschen tun manchmal gewisse Dinge. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche schwerwiegenden Sachen, Situationen, Verletzungen, ja, sondern man ist vielleicht mal wütend und macht irgendwas und sagt irgendwas, was dann vom Gegenüber gleich komplett falsch aufgenommen wird, ja, weil derjenige selber mit gewissen Themen zu kämpfen hat und, und, und. Und das sind jetzt von solchen kleineren Situationen spreche ich hier. Und er ist gerade auf dem Weg in dieses Umdenken, dich mit anderen Augen zu sehen. Wir haben dich hier noch in dieser Energie der Schwertkönigin. Also er sieht dich eher noch so ein bisschen als, als herrschsüchtige Frau. Ja, weil ich habe hier eine schwerere Energie von dieser, von dieser Schwertkönigin. Das ist jetzt nicht diese, diese taffe, souveräne Frau, die ihre Entscheidungen trifft, sondern dieses alte Bild von dir in seinem Kopf wird komplett verändert. Also diese, diese Schattenseite der Schwertkönigin quasi. Ich sag ja, Transformation auf dieser Ebene, das ist heftig. Und wir haben hier als Liebesbotschaft, als Herzkarte, haben wir hier das Vertrauen bekommen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Das heißt hier natürlich auch irgendwo diese Annahme, die Annahme deiner Person, dass es in Ordnung ist, wie du bist. Dass es in Ordnung ist, wenn du zu laut bist, zu leise bist, zu viel liebst, zu stark liebst, zu viel gibst oder dergleichen. Ja, also ihr Lieben, ihr merkt schon, ich kann das schon wieder gar nicht in Worte fassen, was das für eine krasse Energie ist. Also dieses Bild, dieses verschobene Bild, das er in der Vergangenheit von dir hatte, dreht sich komplett. Komplett, ja. Das ist jetzt natürlich nicht nur so, dieses Ding im Bewussten, an der Oberfläche, auf der kognitiven Ebene. Hier spielt das Herz, also die emotionale Ebene, die unbewussten und unterbewussten Kräfte spielen hier ganz stark mit rein. Also das schiebt sich so ganz krass ins Bewusstsein. Das sehen wir hier, da bist du auch wieder doppelt drin, ja. In zwei Personenkarten quasi, als Münzkönigin und als hohe Priesterin. Diese Tiefe, das Verborgene, das er natürlich hier auch zulässt, zulässt, ja. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, er spürt es. Er spürt es, er lässt es zu und er lässt es auch wirken. Was ist das für eine krasse Sache? Ich meine, wir sprechen hier von Gegenüberlein, ja. Von Schatzi. Derjenige, der eigentlich am liebsten immer alles wegdrückt und, ja, komm mir bloß nicht zu nahe. Sieh dir nicht meine Schatten an, beziehungsweise ich habe vielleicht gar keine Schatten oder dergleichen. Und dann sowas. Er nimmt dich an. Er nimmt dich an, wie du bist. Ganz und komplett in deinem Sein. Ist es natürlich, wir haben die Zeit immer mal wieder gegen uns, ja, gegen uns. Oder beziehungsweise das göttliche Timing sieht natürlich für jedes Wesen irgendwo einen anderen Zeitpunkt. Deswegen haben wir hier auch gleich so diese Aussage, so, hallo? Ach, da stellen wir in Kopflage mit den anderen Karten. Das ist jetzt kein Ding, was von heute auf morgen passiert, ja. Und hier ist auch dieses Erwachen auf seiner, oder dieses Annehmen innerhalb seiner emotionalen Ebene, das passiert natürlich, stückchenweise kann ich gar nicht sagen, weil das ist so ein Hineingleiten in die Tiefe, ja, in die Tiefe seiner Gefühle. Fühlt sich mega an. Und das Ganze wird ja auch noch bestätigt durch die Herzbotschaft, die da lautet, Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Ist das nicht schön? Das ist so eine romantische Energie, ihr Lieben. Es ist so, da könnte ich mich schon wieder reinlegen. Wirklich, Trauma. Schön, schön, schön. Ja, ich weiß. Dieser zeitliche Aspekt ist halt immer so ein Ding, wo man sich denkt, so, ach komm schon, jetzt warte ich schon Monate oder vielleicht sogar Jahre, ja. Und jetzt tut sich endlich mal was. Was sich ja zwischendurch, hat sich ja immer wieder mal was getan, aber dann ist er leider wieder in den Rückzug gegangen. Auch das ist natürlich keine Garantie, ihr Lieben, ja. Ich meine, ein Orakel sagt nicht die ultimative Zukunft. Die Zukunft ist in jedem Augenblick veränderbar. Aber zurück zur Zeit. Man denkt sich, ey, jetzt hat es so lange gedauert und jetzt kommt was in Bewegung. Und dann heißt es auch noch langsam, Geduld abwarten. Hm, ja, meine Lieben. Denkt daran, dass dieses Jahr explizit dafür da ist, erst noch aufzuräumen. Aufzuräumen, okay. Und zwar überall, in jeder Ecke. Großputz. Auch die Ecken, die man gerne mal zehnmal hintereinander auslässt, ja. Weil man sich denkt, ach, da guckt eh niemand drin, kann ruhig verstauben. Hm, hm. Hm, hm. So. Die Handlungsebene. Was haben wir hier? Auf der Handlungsebene haben wir die Erkenntnisse liegen, ja. Also, das ist aus der Schwert, da wo ich mir denke, so die Karte ist gefallen. Ich habe mir gedacht, so, aha, alles klar. Die Erkenntnisse, die Offenbarungen und auch die Entscheidungen. Also, hier in dieser Energie dreht es sich hauptsächlich um die Erkenntnisse. Dann aus der, aus den Erkenntnissen folgt natürlich noch diese gewisse Entscheidungskraft oder dieses in die Handlung gehen und tatsächliche Entscheidungen treffen. Wir haben hier Stärke mit drin, Stärke und den Teufel noch, den Teufel aber hier in der negativen Energie, dessen Energie nicht mehr länger tragen. Also, auch hier werden die Ketten gesprengt, dass dein Gegenüber überhaupt auf dich zugehen kann, demnächst, wenn er bereit ist, wenn du dafür bereit bist. Ja, wenn die da oben sagen, so, hm, okay, ihr habt beide eure Hausaufgaben erledigt, der Weg ist frei. Bitteschön, ja, also hier auf der Handlungsebene, das ist noch so ein bisschen auf und ab, ein bisschen hin und her. Traue ich mich, traue ich mich nicht, soll ich, soll ich nicht, ist es schon der richtige Zeitpunkt? Aber auch hier ist es nur eine Frage der Zeit und es geht in kleinen Schritten, geht es hier wieder zueinander. Ich sage deswegen in kleinen Schritten, weil wir haben hier als Liebesbotschaft die Freundschaft bekommen, pflege die Bande der Freundschaft. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel lange, lange Zeit kein Kontakt zwischen euch bestand, dann könnte es sein, dass es hier erstmal losgeht in ganz kleinen Schritten. Wie zum Beispiel, er entblockiert dich auf WhatsApp, ja, also ich nenne jetzt einfach nur Beispiele. Oder er schickt dir eine Nachricht, hey, hallo, wie geht's dir so? Oder ich habe ein Foto von dir gesehen, du siehst toll aus oder, ja, das sind so blöde Sprüche, aber du siehst aus, als würde es dir gut gehen, das freut mich für dich. Oder ja, also so ein ganz, ganz vorsichtiges, so eine ganz vorsichtige Tuchfühlung, wo er mal auf dich zukommt in irgendeiner Form, ja. Wie gesagt, bei den einen oder anderen in der Reisegruppe bedeutet das, dass ihr einfach nur wieder entblockiert werdet. Und somit entsteht hier eine Öffnung, eine Öffnung, wo das Feld dann einfach wirken kann, ja. Gott, die Engel, das Universum, was auch immer. Also, wir haben auf der Handlungsebene jetzt einfach die Erkenntnisse. Wir haben die Stärke auch und dieser Gang in den Selbstwert, so, okay, ich kann mich ja mal aufbauen und mich in Bewegung setzen. Und wenn sie mir dann einen Korb gibt, nach all dem, was war, dann ist es auch in Ordnung. Ja, da ist jetzt nicht so diese große Angst, so, oh, ich gehe erst gar nicht auf sie zu, weil sie beißt mich sowieso zurück, weil wir hatten jetzt drei Jahre keinen Kontakt oder, oder, oder. Nee, hier ist Selbstbewusstsein mit drin und hier ist Leidenschaft mit drin. Dazu kommen wir dann gleich noch im Ergebnis oder im Outcome dann. Und das ist total schön, ja, auch dieses Loslassen von negativer Energie, das, was ihn bisher immer ein bisschen gefesselt hat, angekettet hat an die Vergangenheit auch und ihn so ein bisschen klein gehalten und unterdrückt hat. In den ein oder anderen Fällen sind hier natürlich auch gewisse Suchtthemen mit drin, wo er einfach erkennt, verdammt, diese Sucht, diese Abhängigkeit, egal in welche Richtung die es ging, hat mich von diesen Menschen, also von dir, fern gehalten. Hat die Sicht, hat mir die Sicht vernebelt in deine Richtung, ja. Lauter solche, solche Gedanken und Gefühle und Erkenntnisse kommen hier hoch, die sich in der Handlungsebene so auswirken, dass er quasi immer mehr ein Stückchen in deine Richtung geschoben wird, ja. Manche werden geschubst, die kriegen gleich mal einen Arschtritt, die sollen das erst mal springen zu dir und die anderen, die werden halt immer so jetzt, komm, geht's, hopp, noch ein Stück, noch ein Schritt und, und, und. Und, ja, was haben wir im Outcome, da haben wir den, ähm, warte, welcher, was ist das jetzt? Shit, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das der Ritter ist oder der Bube hier in diesem Kartendeck. So, ihr Lieben, sicher ist sicher, ich habe jetzt gerade nochmal schnell nachgeguckt, ähm, es ist der Ritter der Kelche, also hier auch nochmal dieses, ich bin auf dem Weg zu dir, ich bin auf dem Weg in die Öffnung. Ich komme mit einem Angebot, ich komme mit einem liebevollen Angebot, ich kann mich auch selbst mit meinen Emotionen irgendwo identifizieren, ich kann sie wahrnehmen, ich kann sie annehmen, ich kann sie anerkennen. Diese Gefühle, die er für dich hegt, egal wie stark sie sind zum jetzigen Zeitpunkt, ja, aber allein schon diese Öffnung, das ist hammermäßig, das fühlt sich bombastisch an. Und ja, wenn das dein Reading ist, dann ist es genau das, worauf du gewartet hast oder was du dir vielleicht auch erhofft hast. Und dann haben wir noch im Outcome von den, ähm, von den Herzkarten, von den Herzbotschaften, die sexuelle Vereinigung. Also, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid, ja, ja, und darunter ganz zufälligerweise der Seelenpartner, ja, der Seelenpartner ist, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir, glaube daran. Also, ich weiß ja nicht genau, welches Angebot oder mit welchem Angebot er hier auf dich zukommen wird, aber, ja, bei den einen oder anderen könnte es auch so ein bisschen ein unmoralisches Angebot sein. Nein, es fühlt sich, es fühlt sich wirklich unheimlich liebevoll an. Sonst würde ich es nicht sagen, ja, sonst würden hier auch andere Karten liegen und dann würde ich, würde es auch von der Aussage, von der Botschaft eher heißen, ey, weißt du was, er hat wieder Bock auf dich und wird dich jetzt demnächst anschreiben. Ja, also, kannst gleich mal ignorieren oder so, ja, also, so ist es nicht, so ist es nicht. Also, es ist eine aufrichtige, eine aufrichtige und offenherzige Energie und ich meine, dass die Leidenschaft zwischen euch beiden besteht und lodert, wenn vielleicht auch nur klein wegen der Kontaktlosigkeit oder dergleichen. Ja, also, macht dir da keine Gedanken. Ja, wie ich finde, ihr Lieben, war es jetzt auch nicht notwendig, irgendwie noch mehr Karten hinzuzufügen zu dieser Botschaft, weil die Botschaft eindeutig und klar ist. In diesem Sinne, genießt die Energie, lasst es auf euch wirken, ich drücke euch ganz fest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.